Ich heisse Gabriela Mengini-Inauen, bin Grossrätin aus Boschiavo und kandidiere für die Nationalmannschaft. Tagtäglich bin ich mit Situationen konfrontiert, wo ich sehe, dass es mehr Föderalismus braucht. Die städtische Bevormundung in der Politik ist inakzeptabel. Wir wollen nämlich keine Grossraubtieren, wir wollen unsere Umplanung selber gestalten und über unsere Ressourcen selber bestimmen. Dass wir aus unserem See keinen Sand mehr abbauen dürfen, ist absurd. Das verursacht einen Haufen Transport mit Lastwagen. Zudem müssen wir irgendwann den Sand in der Gemeinde auspacken. Aber wohin sollen wir denn mit dem ganzen Sand? Politik ist doch kein Sandkastenspiel. Also, wenn Ihnen die Selbstbestimmung in unserem Land auch wichtig ist, dann wählen Sie mich am 22. Oktober im Nationalrat. Vielen Dank! Vielen Dank!